Alles neu? Nicht ganz. Die Trends für den nächsten Herbst präsentieren einen gar nicht so alten Bekannten, den Langschaftsstiefel. Gern auch bis übers Knie darf erreichen, denn der kurze Rock kommt modisch stark zurück. Stark auch die anderen Akzente, die in Sachen Schuh auf die Damenwelt zukommen. Starke Sohlen, starke Schnallen, starke Reißverschlüsse. Für eine zarte Frau braucht's da manchmal ein wenig Mut. Ja, alles, was so aus dem Grunge-Bereich kommt, also richtig fette Sohlen, klobige Absätze. Wir haben einen Trend genannt, Chunky Heels. Da geht es wirklich um ganz, ganz kräftige, markante Absätze. Das finde ich hier schon sehr mutig, weil diese klobigen Absätze teilweise auch mit durchaus femininen Leisten, also spitzen Leisten kombiniert werden. Finde ich klasse. Dazu vielleicht dann auch richtig derbe Sohlen, markante Sohlen mit Grip. Auch das bricht so einen, ich sag mal, eleganten Schuh auf und sorgt für spannende Momente in der Mode. Farblich ist das Klassische zurück. Mit Schwarz macht Frau nichts falsch. Das ist nicht neu, doch, dank neuer Materialkombinationen. Schwarz also unbedingt in die drei Must-Haves im Schuhschrank aufnehmen. Und dann geht im nächsten Winter auch nichts ohne Zipper. Wir hatten ja jetzt lange die Nieten. Die Nieten haben sich so ein bisschen verabschiedet aus der Modesszene, machen Trennpause, stattdessen Zipper und Ketten. Das ist so das Deko-Thema schlechthin und es darf auch gerne mal Gold sein. Der ausgebliebene Winter hat den Schuhhändlern im Dezember das Geschäft mit Temperaturen von oft über 10 Grad sprichwörtlich verhagelt. Dennoch sind die Läger leer. Gut für die anstehende Schuhfachmesse GDS in Düsseldorf. Wir haben 800 Aussteller und nochmal 270 auf der Global Shoes, die erwarten sich von der Märzmesse viel. Insofern müssen wir da auch durchaus Kraft und Power in die Märzveranstaltung legen. Wir wollen, dass die gut wird. Wir wollen auch da Glamour schaffen. Ob Rock und Grunge oder dann doch edel und klassisch, langweilig wird's im nächsten Winter nicht am Fuß. Und das ist dann ja doch wie immer, trotz neuer Trends.